Mmmmm, Metal-Leute, Serplen hier. Heute geht es immer um eine Sache, die sich irgendwie nicht verändert, und zwar YouTubes Doppelmoral, wenn man auf die Sache namens Freizügigkeit schaut. Und zwar gibt es auf der einen Seite Sachen wie, dass Belle Delphine gebannt wird, weil sie minimal irgendwie was Freizügiges zeigt, aber auf der anderen Sache sind Sachen wie zum Beispiel Easy Mac Funny Habits oder WAP, ne, der Klassiker WAP. Die sind einfach noch online, die sind komplett okay, aber wenn Belle Delphine irgendwie Nacktheit zeigt, dann ist es direkt ein Strike. Das ist so eine andere Doppelmoral von YouTube, so, ich, ich, ich verstehe es nicht. Wie kommt man auf die Idee irgendwie, WAP nicht zu bannen, so ein fucking Easy, äh, Funny Habits von Easy Mac nicht zu bannen, aber Belle Delphine, das, das muss weggebotet werden. Auf jeden Fall, das, äh, ich komm da nicht hinter, weil, was ist der fucking Sinn dahinter, wenn du irgendwie eine Easy Mac und fucking, ne, keine Ahnung, wie die hieß, die Fotze von WAP, ne, wenn man die nicht wegbannt, wenn die irgendwie straight up ass in the camera zeigen, aber, ne. Belle Delphine ist verboten. Das ist so, YouTube hat überall eine Doppelmoral. So, wenn du ein großer Fernsehsender bist, du kannst gefühlt Porn hochladen, wenn du ein Werbepartner bist, du kannst Porn hochladen. Es gibt straight up Porn auf dieser fucking Plattform, nicht irgendwie, ist es nur irgendwie so suggestiv oder so, ne, straight up on action, like, ne, ihr wisst, was ich meine, straight up Porn. So, straight penetration, all that shit. So, es gibt straight up Nackt-Yoga, was es einfach nur ist, wie irgendwelche Thai-Fotzen, sie da die Fotze schön breit fächerlich in die Kamera drücken und, ne, das ist erlaubt, aber, aber wenn du zeigst Nacktheit in nem Video, pa, 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 dann wirst du gebannt, denn, wenn, wenn irgendeine Thai-Fotze ihre fucking Vagina vor der, vor der Kamera einfach spreizt, ne, das, das ist, das ist, das ist, das ist was zum Lernen, das ist Education, ne, das braucht die Jugend zum Lernen. Ne, aber wehe, wehe, man sieht für ne halbe Sekunde irgendwie Nippeln im normalen YouTube-Video, das würde uns alle Werbepartner kosten. Nackt-Yoga nicht, Nackt-Yoga ist erlaubt. Die, die Doppel-Moral ist einfach, es ist einfach so wunderschön, wie, wie einfach alles so absolut behindert in YouTubes fucking Kopf funktioniert, so. Wie, wie, wie kommt man darauf, dass, oh ja, Nackt-Yoga ist komplett normal, aber irgendwie Nippel auszusehen flaschen, du bist weg, du bist, du existierst nicht mehr, du bist tot. Ey, keine Ahnung, ich wollte einfach mal drüber reden, was für ne absolute fucking Doppel-Moral das ist, aber, hey, ne, YouTube, was willst du machen? Dann danke fürs Zuhören, denk dran, bleib toxisch, deabonniert mich, das leckt mich, all die ganze Scheiße, ne, und jetzt, Bruder von meinem Rasen, ihr Hohrensöhne. Ja, ja. Ja. Ja.